Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer Runde Henker bei Dead by Daylight. Wir ziehen einfach mal eine Spur. Durchs Feld. Ist noch jemand weggelaufen? Ja. Bill! Warte! Warte! Ach, wir haben korrupte Inter... Oh, was haben wir? Was hab ich für ein Talent da unten mit? Schade. Hä? Ihr macht's mir aber einfach... Also, bis jetzt. Ich möchte es nicht beschreien, der Dwight. Dwighty-Boy ist hier. Ist ja in den Schrank gegangen. Ich geh jetzt weg. Dwight ist hier, ich weiß es aber. Ich hätte schießen können. Aber ich treffe nicht so gut, wenn ich schieße. Die anderen sind hier lang. Was macht ihr denn hier? Hä? Wollt ihr nicht mal weggehen hier? Okay, die Mech ist auch noch oben, oder? Was ging daneben? Ist er rausgelaufen? Nehmen wir halt nochmal den Bill. Ich krieg Jagdpunkte, das ist nicht schlecht. Ja, die haben jetzt hier Sackgassen reingebaut. Das hab ich letztens schon gesehen, als ich Survivor gespielt hab. Da liegen jetzt immer noch so komische Heubern mitten im Weg. Jetzt müssen wir ja endlich mal auch unser Pop nutzen. Und unser Überladen. Ah, das ist Unterdrückung, oder? Das andere. Hier ist die Mech. Da kommt die. Klödi, oder wer auch immer. Da war. Haben wir eine Klödi? Wir haben gar keine Klödi. Da war es die Fang. So. Dann kommst du hier dran. Wie heißt dieses Ding, dass ich keinen Sound habe von ihm? Ist das doch, oder? Machen wir hier eben nochmal Pop drauf. Da hab ich kein Problem mit. Guck mal hier mal. Ruhig. Es wär gerannt. Hab's Atmen hören und jetzt sind die Katzspuren weg. Ich hab's wahrscheinlich einfach hingehockt und ich bin blind im Feld. Wir nehmen mal den... Das war eigentlich gar nicht schlecht. Ah ne, das ist hier Spannungsstoß. Jetzt hab ich's gesehen. Dass, wenn ich jemanden umklatsche, alle Generatoren im Terrorradius explodieren. Gott, ich wusste nicht mal, was ich für Talente mit habe. So, wir haben Pop. Wir gehen da nochmal hin. Der ist noch gepoppt. Hier hat's grad geknallt. Oh, dieses Geräusch. Ich glaub, so lang ist mein Strahl immer nicht. Maggie! Was ist doch hier? Ich bin im Feld so blind. Ich guck immer nur auf die Spuren. Wow. Oh! Ehh! Ich bin im Feld. Ihr wart alle hier! Stride will Blenden oder wie? Oh! Soll er mal versuchen? Er klickert. Gut, dann haben wir einmal getauscht. Dwight, willst du blenden? Mech ist oben. Kratzschwundfolgen. Hier war Blut, hier sind wieder Kratzspuren. Dwight. Ja gut, ich muss ihn runterjagen. Sonst spielen wir hier drei Minuten dieses Spiel und laufen hin und her. Ich müsste die Fang mal noch ein bisschen mehr in den Fokus bringen. Die Fang hat mir noch zu viele Leben. Hm. Er sitzt... okay. Nicht schlimm. Ich hab grad Spuren gefunden. Folgen denen einfach. Die Mech läuft links weg. Hier atmet wer. Vielleicht ist es die Fang. Bill. Ich dachte zwar hier war die Fang. Ja, die ist auch da. Nehmen wir jetzt die Fang? Ist sie clever? Ja, sie ist weitergerannt. Da war sie. Die Fang muss... anhaken. Da war sie. Die Fang muss... ... Taschenlampe? Hä, Pfling ist tot? Cool. Ich kann nochmal gegen... Hopp! So, wer war das? Bill. Was hat er für einen Lack gehabt, dass ich jetzt dort gerade auf Schuss ausgelegt war? Jetzt hätte ich ihn auch einfach umhauen können. Taschenlampe. Irgendjemand war da. Irgendjemand ist dort gerade gelaufen. Wahrscheinlich der Dwight mit der Taschenlampe. Aber eventuell habe ich einfach nicht in die richtige Richtung geguckt. Ich hätte ihn auch morien können. Mini-Morien. Weil er ist durch die... Hubs-Spur gelaufen. Dann haben wir noch Dwight und Meg. Beide tot am Haken. Da sehe ich sie. Sie hat sich die Karte geholt. Wo wahrscheinlich... ...die Luke mit sichtbar wird. Wenn ich Glück habe, führt sie mich zur Luke. Aber sie hat keinen Schlüssel. Also sie kann die Luke eh nicht aufmachen. Rein theoretisch müsste sie... ...da sie die Luke vielleicht sehen kann. Gerade nicht dorthin rennen. Okay, jetzt werde ich... ...ungeduldig. Höchst! 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 Grüe Давайте! Höchst! Höchst! Gut. Er hat sich halt verraten. Ich glaube, er hat den Loslass-Skill-Check. Der Arme. Dann habe ich nur noch die Spuren gesehen im Feld und gut. Dann bin ich ihm nach. Er kämpft auch gar nicht mehr. Ja! Die hat Spaß gemacht, die Runde. Sie lief halt für mich auch gut. Juhu! Ich spiele gern mit dem Pyramiden-Kopf. Und ich merke, dass meine Schüsse auch immer ein bisschen präziser werden mittlerweile. Oh mein Gott, ich bin Killer-Rank 10. Ich war noch nie Killer-Rank 10. Das Beste war tatsächlich Rang 11 bisher. Ich bin Killer-Rank 10! Deswegen kriegen wir jetzt solche Lobbys und es wird immer fordernder, aber eigentlich auch cool. Weil, also, Runden, in denen es richtig doof läuft, sind doof. Aber Runden, wo man gefordert wird, aber wenigstens zwei Kills macht. Das ist schon echt cool. Ähm. Bin gespannt, was wir in Zukunft für Lobbys bekommen. Äh. Wenn wir in dem Rangbereich bleiben. Äh. Ja. War eine schöne Runde. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns gern im nächsten Video wieder, wenn ihr möchtet. Wenn wir wieder DVD spielen. Oder irgendwas anderes. Es gibt ja nicht nur DVD auf meinem Kanal. Äh. Bleibt gesund. Habt noch einen schönen Tag. Und bis ganz bald. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020